Der MSV ist mein Jungverein. ich bin Duisburger Junge, ich komme aus Duisburg und jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben und das war für mich dann auch keine Frage mehr. Ich freue mich jetzt hier zu sein und dass es jetzt für mich persönlich losgeht. Sehr, sehr positiv. Man merkt glaube ich, dass die Jungs schon länger zusammenspielen. Das haben sie jetzt auch in der letzten Saison bewiesen, dass sie so souverän aufgestiegen sind. Ich sag mal, das hört sich immer einfach an, aber wenn man von Beginn der Saison bis zum Schluss dann auch Meister wird, ist schon eine starke Sache und auf jeden Fall eine intakte Truppe, was auch sehr wichtig sein wird für das nächste Jahr. Absolut wichtig. Ich finde immer, dass wenn man die Fans im Rücken hat, dass noch der ein oder andere Prozent rausgekitzelt wird und mit der Kurve im Rücken, denke ich, dass wir dann auch den einen oder anderen Punkt mehr holen werden vielleicht als auswärts. Und ja, wir müssen einfach zu Hause nur gemacht werden und da sind die Fans extrem wichtig. Persönlich, man nennt mich Stoppel, also das ist mein Spitzname. Ich bin ein Duisburger Junge, komme aus Duisburg-Buchholz, bin dort aufgewachsen. Meine Eltern leben immer noch dort, habe meinen Lebensmittelpunkt quasi nie gewechselt, war immer verbunden mit Duisburg, auch mit dem MSV, habe ja in der Jugend das Kicken dort gelernt, war zu Bundesliga-Zeiten und Zweitliga-Zeiten ganz früher, noch im alten Wedau-Stadion, stand ich in der Kurve, war Balljunge und ja, alte Liebe rostet nicht, sag ich mal. K aggressiv… So. 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 Thank you so much for, Bulls, and see you now! Vielen Dank.